Deutschlands Rentnern droht die Gasarmut. Soziale Unruhen und Aufstände können die Folge sein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Der Chef der Bundesnetzagentur warnt, Deutschland droht die Gasarmut. Betroffen sind de facto alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, vor allem aber Familien mit geringen Einkommen, Rentnerinnen und Rentnern mit kleinen Renten und auch Sozialleistungsempfänger. Allein für 2022 wird für eine vierköpfige Familie in Deutschland Mehrkosten bei Gas von 2.000 bis 3.000 Euro prophezeit. In einem Beitrag in der MZ Online gehen große gewerbliche Wohnungsanbieter in Sachsen-Anhalt nach eigenen Modellrechnungen sogar davon aus, dass es bis zu 5.000 Euro an Mehrkosten, an Betriebsmehrkosten für viele Mieter entstehen können. Wie sollen dies unsere Mieter bezahlen? So die Frage. Wird diesen Menschen dann der Gashahn oder der Stromanschluss gesperrt? Der Chef des DIW, Fratscher, nennt es öffentlich, was viele denken. Dann ist der soziale Frieden in Deutschland in Gefahr. Es ist nicht auszuschließen, dass Menschen auf die Straße gehen und protestieren. Selbst gewaltsame Unruhen, wie bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich, sind dann nicht mehr in Deutschland auszuschließen. Sogar Habeck ahnt es. Dreht Russland den Gashahn am 22. Juli 2022 nach der turnusgemäßigen Reparatur der Nord Stream 1 Pipeline nicht mehr auf, wird er für die hohen Gaspreise, die dann folgen und den sozialen Unruhen, die dann möglicherweise kommen werden, persönlich zur Verantwortung gezogen. DIW, Fratscher, sieht das fast kurz vor dem Überlaufen. Ich fordere die Bundesregierung ultimativ auf, sie müssen handeln und zwar jetzt. Es muss sofort ein sozialer Ausgleich für die drohenden Gas- und Strompreiserhöhungen her. 150 Euro monatlich für jede Familie und 50 Euro für jedes weitere Familienmitglied muss sofort zum Ausgleich gezahlt werden. An alle Menschen in Deutschland und vor allen Dingen an diejenigen, die wenig Geld und wenig monatliches Einkommen haben. Damit auch an viele Rentnerinnen und Rentner, die jetzt schon zum Teil in bitterer Armut leben und schon jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre aktuellen Strom- und Gaspreise überhaupt noch bezahlen können. Die jetzt beschlossenen Einmalzahlungen, zum Beispiel die 300 Euro Energiepreispauschale, die zum 01.09.2022 kommen, sind absolut reine Placebos und können die noch prognostizierten Gaspreiserhöhungen überhaupt nicht auffangen. Wenn Scholz, Habeck und Co. nicht umgehend handeln, könnten ihre Tage tatsächlich gezählt sein. Wir wünschen uns für alle Menschen in Deutschland nur eines, dass wir sicher, friedlich und ohne zu frieren über den nächsten Winter kommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöpfe.